Das hat sich bestätigt, wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, wir konnten uns nicht durchsetzen, wir haben zu gemächlich gespielt. Ich habe das in der Pause angesprochen und dann war die zweite Halbzeit besser, war besser provoziert, war besser umgesetzt auch. Und am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe in uns haben, zu sagen, okay, wir lassen den Ball laufen. Jedes Mal, wenn du den Ball verlierst, hat der Gegner natürlich wieder die Möglichkeit, einen Angriff zu betätigen. Und ja, das ist das, was wir besser machen müssen und noch besprechen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Und der Ersatzspieler ist jetzt weg. Jeder Spieler ist individuell und wir müssen schauen, dass oder der Spieler selber muss schauen, dass er die beste Leistung bringen kann. Und ich als Trainer muss schauen, dass ich das Beste zusammenfüge oder versuche, das Beste zusammenzufügen, damit wir erfolgreich sind. Und das hat dann nicht speziell mit dem einen oder mit dem anderen Spieler zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen uns verstärken. Wir müssen neue Spiele holen, suchen. Aber da ist jetzt aktuell noch nicht zu weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekannt können. Wir müssen eine große Herausforderung machen. Wir müssen eine große Herausforderung machen. Wir müssen immer eine große Herausforderung machen. Vielen Dank. 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 Hat Ihnen geholfen, dass Sie einen großen Kader mit qualitativ guten Spielern rotieren können? Man sieht schon, dass sie fast 48 Stunden spielen. fast dann ein Spiel und trotzdem machen sie viel Rotation, die wechseln viele Spieler, aber alle sieht ähnlich aus dann, was die Aggressivität angeht, was der Offensiv angeht, dass die Mannschaft zeigt fast die gleiche Leistung immer, obwohl dann viele Spieler rein und raus gehen, hat das ihnen geholfen, dass sie einen großen Kader mit qualitativ guten Spielern haben? Ja, das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man so viele Spiele hat, so viele Meisterschaften oder Turniere spielt, dann ist es wichtig, dass man natürlich auch rotieren kann, das geht nicht, dass fast immer die gleichen Spiele, weil irgendwann bist du müde und das haben wir jetzt auch gesehen, dass es schwierig ist und dass natürlich Champions League mit dem Highlight, mit dem Finale, mit dem Sieg, dass da ein bisschen Druck weg ist und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir das jetzt auch gut zu Ende bringen, dass wir die Spannung halten, dass wir uns natürlich auch quälen, da muss man manchmal auch quälen und das ist gut, weil die Spieler, die hier dabei sind, die haben ja jetzt auch zehn Monate oder fast alle zehn Monate mit uns mittrainiert, also das ist das Gleiche, wir versuchen allen das gleiche zu vermitteln, okay, und mit dieser Rotation ist es natürlich so, dass wir das gleiche System spielen, dass der Spieler weiss, okay, wir attackieren oder wir ziehen uns zurück oder wir wollen lange Bälle oder wir wollen kurze Bälle und das ist gut, wenn das natürlich alle mitbekommen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir hoffen schon beim nächsten Spiel. Ganz viele Spiele vergeben zu viele Chancen. Ja. Ja. Ja, klar. Aber es gibt keine Mannschaft, die jede Torschance verwertet. Und wir schießen viele Tore. Wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torchancen. Und da müssen wir halt einfach auch konzentrierter sein, bewusster sein, noch aggressiver. Und das ist natürlich kann man das auch im Training dann schulen, aber wir haben alle drei Tage, alle vier Tage ein Spiel. Also es ist schwierig, regelmäßig zu trainieren. Und das kann man eigentlich im Training, muss man das immer wieder verlangen. Und das ist die Schwierigkeit, weil man eben nicht mit allen immer regelmäßig trainieren kann. Ja. 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 Ich bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten herausspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torchancen herausspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Und auch Arbeit, das ist Konzentration und da können wir weiter daran arbeiten. Ich bin auch sehr froh, dass ich die Fortschritte sehr gut verabschiede, weil das die Fortschritte ist, die wir tun. Das ist auch ein Fortschritte, was wir tun. Aber ich bin auch immer noch ein Fortschritte, weil es die Fortschritte gibt, die Fortschritte gibt. Und die Fortschritte gibt es auch mehr, die Fortschritte gibt, die auch noch ein Fortschritte. Und wie wir wissen, dass wir die Fortschritte haben, um mehr Mörmö und Schraße zu machen. Wir können uns auch noch mehr Geld bekommen.